Diese Änderung, die nicht nur in den Köpfen stattfinden muss, sondern auch in den Gesetzen, in den Verordnungen sich widerspiegeln muss, das ist der Anreiz der Agrarökologie, das ist die politische Botschaft der Agrarökologie. Mein Name ist Daniel Langmeier. Ich arbeite für Biovision, eine Stiftung, die sich für agrarökologische Landwirtschaft einsetzt. Das seit über 20 Jahren, vor allem in Ostafrika, Sub-Saharafrika, aber auch immer mehr sehen wir, dass eigentlich die Mittel und die Werkzeuge, die es Agrarökologie gibt, auch im globalen Norden Teil der Lösung sein sollen. Wenn wir unsere Landwirtschaft auch in der Zukunft, eine zukunftsfähige Landwirtschaft haben wollen, dann braucht es die Agrarökologie, dann braucht es die Lektionen, die wir zum Teil anderswo gelernt haben, die müssen auch in der Schweiz angewendet werden. Und ich denke, ein Ort wie dieser ist eine gute Möglichkeit, uns auszutauschen, voneinander zu lernen, auch gemeinsam politisches Momentum zu bauen, um diese Änderung, die nicht nur in den Köpfen stattfinden muss, sondern auch in den Gesetzen, in den Verordnungen sich widerspiegeln muss, das ist der Anreiz der Agrarökologie, das ist die politische Botschaft der Agrarökologie. Und da hier zusammenzukommen mit Gleichdenkungen ist sehr spannend und ich habe einen sehr interessanten Morgen bereits erlebt und freue mich jetzt auf, was noch am Nachmittag kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017